Stimmt das, dass du nicht eigentlich auch international gespielt hast selber? Und es geht ja auch das Gerücht, dass du lang für einen Ausländer gehalten worden bist. Stimmt das? Dass ich mit meinem Namen für einen Ausländer gehalten werde, ist irgendwie naheliegend. Es kommt aus dem polnischen Piszczek. Ich habe mal sagen lassen, das heißt kleiner Hund. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber das haben einige gesagt. Und ja, es gibt da zwei Begebenheiten, die sich wirklich so zugetragen haben. Ich habe mit dem Sportclub einmal im Hannape-Stadion gespielt und damals hat der Kubica im Sturm gespielt bei Rapid und ich eben in der Verteidigung beim Sportclub. Und ich glaube, Lutz Lischka war es noch. Der Journalist hat ein Foto von mir im Kurier gehabt und darunter ist gestanden als Bild-Textzeile Polenduell im Hannape-Stadion. Kubica gegen Piszczek. Und da dürften einige wirklich geglaubt haben nachher in weiterer Folge, weil das, was in der Zeitung steht, stimmt ja, dass ich Ausländer bin, weil ich dann später bei Mödling gespielt und da war der Stöffelbauer zunächst Trainer. Und nach dem ersten Training ist er zum Kapitän, zum Sepp Heilink hingegangen und hat gesagt, der Neue, der Piszczek, der ist ja nicht so schlecht, der ist ganz gut, aber jetzt haben wir ein Problem. Das war nach dem ersten oder zweiten Training. Sagt der Sepp zu ihm, warum, was ist drin? Na, jetzt haben wir ein Ausländer zu viel. Und da haben offensichtlich einige geglaubt, dass ich Ausländer bin. Und somit begründe ich auch, warum ich nie in Frage gekommen bin für manche höhere Vereine, weil da hat man auch ein bisschen Ausländerbeschränkung gegeben und auch nie ins Nationalteam gekommen bin. Unglaublich. Hättest du die Chance in deiner Karriere gehabt? Das ist ja eigentlich auch, glaube ich, die passende nächste Frage, in deiner Karriere für einen ganz großen Verein zu spielen. Ich habe das nicht gewusst. Also ich habe mit zwölf Jahren oder mit elf Jahren eben nach dem Schilliger ein Angebot, der Rosnecker, Manfred und ich, der ja dann eh bei der Austria Jahre später gespielt hat, hätten wir jetzt auch wieder Austria wechseln sollen, nachdem wir Schilligermeister geworden sind. Das hat sich aber dann, warum auch immer, weiß ich nicht ergeben, weil ich glaube, die Eltern haben gesagt, die sind mit dem Wien fahren und das ist alles nicht so leicht. Ich komme aus ziemlich einfachen Verhältnissen. Aber Jahre später hat mir der Peter Schöttl, der jetzige Sportdirektor vom ÖFB, gesagt, du bist uns schon so auf die Nerven gegangen, als der Baumgartner bei Rapid Trainer war, weil jedes Mal hat er gesagt, schaut euch den Bisse gerade vom Sportclub, der bringt einen um, bevor er sich überspielen lässt und hin und her. Und der wollte mich angeblich holen, der Baumgartner, zu Rapid. Und wenn der dort länger Trainer gewesen wäre, wäre ich vermutlich bei Rapid gelandet. Aber so ist das halt im Leben. Ob das jetzt der Grund war, warum sie seinen Vertrag dann nicht verlängert haben, weil er mich verpflichten wollte, weiß nicht, weil sie sind wieder, weil. Könnte, du bist sehr.